Ohne Bohren, ohne Kleben, ein Kabel an der Kante fest machen. Wie soll denn das funktionieren? Das zeige ich Ihnen gleich in diesem Video. Und wenn Sie dranbleiben, erfahren Sie auch noch, wie Sie bares Geld sparen können. Hallo und herzlich willkommen in der Hellermann-Tighton-Akademie, dem Workshop für echte Profis. Sind Sie neu auf unserem Kanal? Dann abonnieren Sie jetzt und drücken Sie die Klingel, damit Sie zukünftig nichts mehr verpassen und Ihr Kabelmanagement optimieren. Heute unser Thema. Wie kann ich über eine glatte Kante, ohne zu bohren, ohne zu kleben, ein Kabel befestigen? Action! Mit der Edge-Clip-Lösung können Sie relativ schnell und Zeit sparen. Unwahrscheinlich viele Edge-Clips pro Tag verarbeiten. Das ist nicht nur effizient, sondern spart Ihren Unternehmen enorm viel Geld. Und nun zeige ich Ihnen, wie einfach das funktioniert. Wir nehmen den Edge-Clip, setzen ihn auf der Kante auf und drücken einmal kräftig nach unten. Und wie befestigt man jetzt daran ein Kabel? Ganz einfach. Einmal den Kabelbinder durch die Öffnung führen, die Leitung reinlegen, verschließen und im Optimalfall auch mit der perfekten Abbindezange schließen. Ich bin mir sicher, Sie finden auf unserer Website auch die perfekte Lösung für Ihr Projekt. Klicken Sie dazu unten auf den Link. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Kontakt mit uns aufzunehmen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie uns ein Like. Bis zum nächsten Mal in der Hellermann-Tyton-Akademie, dem Workshop für echte Profis. Servus!